Hi Revolverheld, hi Marta, hi Clixoom. Also meine Frage an Marta ist es, du hast dich vor zwei Jahren ja von Sascha getrennt. Kann da eine Beziehung zwischen Popstars überhaupt funktionieren? Das war auch schon die Frage und... Wow! Geiler Typ! Ich glaube der ist scharf auf dich. Ich glaube der ist mir zu jung, wobei da kommen wir wieder zu dem Thema auf dem alten Fahrrad kann man einfach besser Fahrrad fahren lernen. Natürlich sind diese Beziehungen schwierig, aber was daran viel einfacher ist, dass man sich nicht rechtfertigen muss zu Hause, dass man wieder weg ist, dass man wieder auf Tour fährt, dass man wieder proben muss und so weiter. Bei dem anderen ist es ja genauso und man kriegt nicht diese Anrufe. Wo bist du, wieso bist du ständig weg, die Band ist dir wichtiger als ich und das hatten wir nicht. Und deswegen konnten wir unser Lebensstil beide richtig nachvollziehen und konnten uns noch mehr aufeinander freuen, weil wir beide wussten, dass wir uns treu sind. Wirklich. Und deswegen glaube ich funktioniert das sogar besser, wenn Gleichgesinnte zusammen sind, als wenn man eine... wenn ich einen Bankkauf... Kaufbankangestellten... Egal wie das heißt... Bankkaufeingestellter, der dann eben jeden Tag um 6 Uhr abends nach Hause kommt. Und ich bin nicht da, ne, das wäre schwierig. Aber ja, wir haben uns getrennt, aber trotzdem war es schön. Danke. 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 Danke.